Und wird, dass Allah s.w.t. auch uns zurück zu Linda und Linda zurückschickt mit Verzeihung, dass hier wird alle Sünde für uns verzieht, inshallah. Und dass Allah s.w.t. uns hier unsere Taten, unsere Ibadah, unsere Anbetung, das wird alles nachdem, oder folgen wir unserem Propheten, s.w.t. Wir haben kein Verzweifel, dass im Hajj, es gibt viele, viele wichtige Sachen, die uns nutzvoll sind. Dass Allah s.w.t. auch bestätigt, dass wir manche nutzvolle Sachen auch nutzen, die wir im Hajj sind. Dazu auch unsere Anbetung, unsere Ibadah als Hajj. Das ist sehr wichtig für alle Muslime, dass die bevor, eine Anbetung, eine Ibadah, machen, oder anfangen, dass die die Säule, wo diese Anbetung lehrt. Die ganze Brunsch hier und die ganze Filiale, die ganze Sachen von dieser Ibadah. Das ist gut daran, wie wir uns verpflichtet, was für die Bedingungen sind. Die Anbetung aus einer Un-12ischen Sprığı muh miałem Gebur haben. Sie sind die Brunschare im Haft. Das ist gleich das Wabe der wünscht. Wie wir uns diesem Amort bemühen, müssen wir uns vorgelesen die Wahrheit zu exhibitionieren. Nichts anderes ist die Abzicht nur für Allah-Azul. und diese Erkunft gibt, diese Erkunft der Abenteuerung, die die der Erkunft der Erkunfts-Büsten. Diese Erkunfts-Büsten, die die Erkunfts-Büsten, vor allem für die Erkunfts-Büsten, was er sagt, was er nicht wirklich, was er nicht mit der Erkunfts-Büsten, was er nicht mit dem Erkunfts-Büsten, was er gesagt hat. Es wird 73 Gruppen, islamische Gruppen geben, und die sind alle in Hülle, statt zu suchen. Und die haben gesagt, welche diese Gruppen? Diejenigen, die machen genauso wie ich und meine Gefährten, meine Sahab. Die Menschen, die in dem Heiligen Geist, die sich in die Heiligen Geist ist. Und diese Heiligen Geist, die in die Heilige Geist, die in die Heiligen Geist, die in der Heilige Geist sind. Und diese Heilige Geist, die sich nicht abzuhren, auch im Geist, auf alle Kliegene zu tun. Die Zügel, die Zügel, die Zügel. Woder nicht von einem anderen Menschen sondern von einem anderen Menschen und einem anderen Menschen sagen sie, Gott sei lá, Maja saab, Gott sei lá, Mutter ist ein Gott! slowed ich mich auf. Das ist ein Gott! Selbstzentual von einem anderen! Das hat er mit Allah ab! Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und diese Menschen, diese Anzsehen, sie sehen ihre Ahl-W 땅 an eure Erwere. Aber nicht aufzuhalten von ihnen. Und nicht aufzuhalten von ihnen die Menschen, von ihnen. Abonni salallahu alaihi wa sallam Es ist wichtig, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Und ich sage es, 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 mein Gott. Das ist das, was wir tun. Muss man auch geduldig für was Allah für ihn geschrieben hat, Schicksal, Schlecht oder gut, muss man geduldig, weil die Leute, die geduldig sind, Allah wird denen gute Belohnungen geben und gute Nachricht. Und diejenigen, die nicht dankbar sind, haben etwas Schlechtes passiert, die würden den Rasulullah Schlechtes bekommen. Der Islam hat mehreren Bedeutungen und von den wichtigsten Bedeutungen, dass man sich für Allah gibt, was heißt das auf Deutsch? Hingabe, dass du alles was Allah von dir verlangt, alles muss sich einfach kiemen, alles die mögliche. Hingabe, dass du alles bist. Und davon ist Al-Hajj. Du gibst dich, du gibst dich, du gibst dich, deinem Kurban, deinem Gild, alles, du machst das für Allah. Der Hajj kommt hier und macht den Hiram zum Beispiel von bestimmten Bezeiten und er weiß nicht warum macht er das. Warum kommt er zum Hajj? Warum, warum, warum? Die sind weise Sachen und die sind Hekma, was heißt denn? Die sind Hekmen oder Grunde, die wir nicht wissen, aber Allah es weiß. Der wichtigste Grund, dass Allah das befohlen hat und wir folgen Allah und wir sagen, ja. Der wichtigste Grund, dass wir zu Allah gehen und machen, was er sagt, das ist sehr wichtig, dass ich sage, ja, du von hier, stopp, du ziehst an, bestimmte Kleidung machst, bestimmte Sachen nicht, wichtig, dass du sagst, ja, du machst das. Der zweite Ziel ist, das war der erste Ziel, der zweite Ziel von Hajj. Der zweite Ziel von Hajj ist, dass wir nutzvolle Sachen auch für uns im Hajj benutzen. Das ist, das ist die zweite Grund, dass wir benutzen von Kommersen und Geld von sie einander. Und dass man auch ihr auch macht, bitte zwei Racken, bitte, ist in der erste, der Kaffirun, die zweite, der Racken und in diesen zwei Suchen. Und da er auch Interesse, dass wir ihnen die Racken und wir abbot nur um, die Racken und eine Racken und in diesen zwei Suchen zu verabsalen. Und wenn die Racken und die Racken und im Flavang auf einem Ort zu belastet werden, das ist eine Racken. Und das Racken und im Gebet, in einer Racken und im Nachhinein ist, dass es eine Racken und imatrainschaft geht geht. Die Racken und im Gebet noch über die Racken kepada der Racken, die Racken wird mit dem Anschlager und die Racken von dem Schrauben. Und in Errecken, die Racken der Racken verabschlückte und die Racken beteige, die Racken von des Racken frei auf einem Auflager. Ich bin in deinem Weg, alles was du willst, ohne politikus, ohne andere Partner von dir zu nehmen. Ich bin in deinem Weg, alles was du willst. Ich bin in deinem Weg, alles was du willst. Ich bin in deinem Weg, alles was du willst. Ich bin in deinem Weg, alles was du willst. Ich bin in deinem Weg, alles was du willst. Ich bin in deinem Weg, alles was du willst. Ich bin in deinem Weg, alles was du willst. Ich bin in deinem Weg, alles was du willst. Und ich bin in deinem Weg, alles was du willst. Wir haben da eine Verbindung, ein Intermediar, ein Vermittler zwischen uns und Allah. Das heißt, wir sagen, oh, zum Beispiel Propheten, oder Shaykh, 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 Shaykh. Aber wir sind hier. Wenn man sagt, allahumma, schaff' fiyanabiyya, tödra allah, azawajal, fahw qariq, yujib, idha dhaaahu dhaar, wachasat albukharin, anman yujib albukharra idha dhaaahu, wachasat albukharin, wachasat albukharin, wachasat albukharin, wachasat albukharin, darf man auch mit seinen guten Taten auch beten, aber ich sag, allah, du weißt, dass ich diese gute Tat gemacht, für dich oder wegen dir, denn wenn du dir abweichst, dass ich das nur für dich gemacht habe, nicht andere Leute, dass die mich sehen. Wenn ich das gemacht habe, dann sage ich, ja okay, das ist ein Gläubiger, ein gut, nein, nur für dich, denn ja, allah macht für mich so und so, kann man das sagen? Seine gute Tat. Genauso wie die drei, die waren im Kf, und jede von dir, die sagt, du, allah, du weißt, dass ich hab das gemacht für dich, und diese große Stein ist ein bisschen weg, und ein bisschen und ein bisschen, ja, es ist total weg, und es ist total weg. Und wir sehen die alih, die hinkt von al-Hajj, die reden immer wieder alih von Schirk, von Politesmus und von Tauhid. Das ist die sehr wichtige Sache im al-Hajj, das ist Tauhid und gegen Politesmus, dass man nicht Polites trist, die mehrere Rokotäne anbietet. Und es muss nicht sein, dass wir müssen für denen einfach Rokot uns gut machen. Nein, wenn wir glauben, dass die machen etwas, oder die nehmen etwas weg, oder die helfen uns im Pass, das heißt Politesmus. So, und dieses Haus, dieses schwarze Haus, wurde gemacht nur für Anbetung von Allah subhanahu wa ta'ala, und für Tauhid, nicht für Politesmus, weil die Leute, damals waren alle Politiisten und Atheisten, und Allah subhanahu wa ta'ala, hat dieses Haus begründet dort, und hat Paulin befohlen, dass er das begründen, nur wegen al-Tauhid. Die Mekke, die man steht dem man steht, das kann man gewohnt. Wie heißt das aufgewandelt? Das ist das Fahne, da ist das Fahne, das ist das Schapen. Das ist das Fahne, 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 das Fahne, das Fahne, Die Mase Paragie haben lötet von Nassau, das Ein Mann zu 전en von Jaha in aabind под Kran, in der Atheismuszeit und er war sehr, sehr generos. Er gibt alles Warnung, gibt alles Geld, Leute, auch gibt Tiere essen und er war sehr, sehr, sehr bekannt in dieser Geschichte. Er hat viele, viele gute Sachen gemacht, aber er sagt Aisha, ob diese Sachen, die gute Sachen, die er gemacht hat, ihn nutzvoll sind, hat gesagt, nein, weil er hat niemals gesagt, oh mein Gott, verzeih mir meine Mannschaft. Er hat keinen Tauheed gehabt, keinen Monotheismus gehabt. Wenn er Tauheed gehabt hat und glaubt, dass Allah ihm das gegeben hat und irgendwann hat gesagt, oh Gott, verzeih mir meine Sünde, wurde er auch, wurde er in Jacken gebracht. Aber alle seine Taten, alle die er sein langes Leben gemacht hat, ist er vernichtet. Und er hat gesagt, oh Gott, verzeih mir meine Sünde, wenn er nur ein Wohje ist. Und er hat gesagt, oh Gott, verzeih mir meine Sünde, nur ein Wohje von Allah, 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 von Allah. Und er hat gesagt, oh Gott, verzeih mir meine Sünde. Weil er hatte Angst, dass das Bild mit dem Koran gemischt hat und er hat gesagt, oh unser Prophet, wir hören von dich Sachen, wenn du geirgert bist oder wenn du zufrieden bist, in gute Mode bist. Und er hat Angst, dass wir etwas schreiben, schreiben etwas, das nicht stimmt. Er hat gesagt, schrei, Allahi, nichts von hier aus kommt, nur die richtige Sache, weil wir sind wachig von Allah a.s.w. Hör ab, wir sind von Allah a.s.w. Alles, Allah a.s.w. Als Christi, was er hat sich, was er, hat sich Natur, was er. Ja, wenn ihr in diesem Haus, was er wieder zurückerrollen. Daher sind auch immer fester. Daher sind immer fester. Das war mein Jesus, das human das Heilige Leben erzählen. Das ist, warum wir da nicht. Der Vater ist schluss. 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 was er nie beurteilen, was er nicht verletzt und erzielt von der Osten, wenn er die Bibel ist, was er nicht verletzt, was er folgt und zu verletzt. So, ich habe die Bibel von der Osten, dass er ein Teil der Osten ist, dass er nicht die Bibel ist, aber man muss sich nicht ab- und zu verletzen. Das ist auch ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Schöpfung, das ist ein Schöpfung, das ist ein Schöpfung. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich erinnere mich an die Nachdenken und ich erinnere mich an die Nachdenken. Wir sehen das alles. Und wir erinnere mich an die Nachdenken. Ich erinnere mich an die Nachdenken. Und wenn wir die Nachdenken, wir haben die Nachdenken. Wir haben die Nachdenken und die Nachdenken und die Nachdenken. Wir haben eine bestimmte Kleidung. Es ist nicht normal. Genauso wie diese Kleidung für die Nachdenken. Diese weiße Kleidung müssen wir sehen. Wir sehen in Arafat, dass alle Leute stehen auf dem Berg. Die Nachdenken und die Nachdenken. Die Nachdenken und die Nachdenken. Die Nachdenken und die Nachdenken. Und die Nachdenken und die Nachdenken. Es ist nicht so wie hoch die Nachdenken. So wie das۔ Und die Nachdenken. Ich muss alle Menschen von einem Platz auf den Weg sein. Wir haben die Nachdenken. Nicht nur das aber die Nachdenken. Es gibt die Hauptwärmung des Menschen in dieser Verzweckung und die Menschen, in dieser Hölle und die Pfle. Es gibt auch die Hauptwärmung des Menschen, die Menschen und die Eiergültigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das Muslime, das ist die Muslime. dass wir gegenüber von Abdiestin und Abdiestin machen, die machen links und machen rechts. Das heißt, sie müssen nicht mitnehmen, das Gegenteil von denen. Die ging unter den Berg Arafat, bevor die Sonne unterkam. Die Wir haben eine Weile durch den Weg gemacht an den Abізern, der sich auch durch den Ab확ern nachdem die Verbindung mit ihrer Arbeit zu gewinnen. Durch diese Zeit der Er compl reinforce er ist er sich am neuen Vorab. Für alle Teuflöse, für alle Teuflöse, und für alle Teuflöse, für alle Teuflöse, das zu tun haben, was wir machen das so Possibly in den Abhängen. Wir wollen uns alle Zeit für alles, Die Mehrheit der Allerhöhnen. Wer hat sich an den Verkomm함? His Zeichen, wie er für alle the Anlresse von dem milliillen Mai. Vielen Dank. 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 ... 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 Der Mensch ist ein Teil der Fischtein, das ist ein Mekafor für Fischtein und der Körper. Wenn dieser Fischtein ist zauber und sehr zauber, dann ist der ganze Mensch zauber, rein und ist vollständig. Sein Herz ist nicht so groß, aber es ist nicht okay. Wenn ihr das Grund und Basis von dem der Fischtein heißt, dass er zauber und nicht so groß ist, dass er zauber und nicht so groß ist, dass er nicht so groß ist. Es ist ein Teil der Fischtein, die Fischtein und der Fischtein und der Fischtein und der Fischtein und der Fischtein. Er sagt, dass er zauber und nicht so groß ist, dass er nicht so groß ist. Er hat einen Zauber und der Fischtein als Erzbeer betoniert. Also sind wir hier in der Umgebung, in der Umgebung, in der Umgebung, in der Umgebung. Für was man eigentlich bemüht sich und anstrengt sich im Leben, arbeitet wie eine Maschine. Was hat er gewonnen? Geld. Was verdient ihm das Geld, das er gewinnt und verdient? Nichts. Wenn man stirbt, das Geld kann er nicht mehr sein. Weil alle sagen, das Leben hier auf der Erde. Das sind zum Spielen und zum Spaß und zum vermehren. Vervielfachen von Geld und Kinder. Wie ein Beispiel, wie eine Pflanze, die wirkt. Wie ein Beispiel für ein Blüten und eine Pflanze. Und ich tiert. Und ich mache das, die wir jetzt hier haben. Das ist eine Schnauze. Wenn ihr das nicht anstrengt, dann kommt das Schnauze. Aber ich gebe das, was viel besser für die Mensch. Wahnsinn! Beide ich bin ja. Und dann assunto ich, wenn ich meine Ziemel sollte, wenn ich meinen Teil dahin. Ich meine, der Nichts überleicht deine Ziemel. Und dann hat er, wenn ich dein Ziemelab zum Teil hin impressiere, wenn ich die Ziemel wähle, wenn ich dein Ziel wurde, dann will ich mich auf den Weg gehen. Ich war nicht so großen, denn ich habe mich auf den Glauben mit dir vor Visionen. Die Ziemelabmöse und wenn ich keine Ziemelabmöse, um die die in die am dein am am den der dem die l was like Ich werde euch erzählen, viele Tage zu erzählen. Nach Ihnen erzählen wir über die Wichtigkeit von Christen. Jetzt ist es ja, ich erzähle euch nur ein bisschen, also furchtbar. Aber ich werde euch im Wichtigen. Er hat gesagt, eine Gruppe von meiner Gemeinde werden eine Ghazum machen und sie fahren im Meer. Ich werde euch im Wichtigen durch den Schrauben. Er ist nach 15,000 Tage. Er ist zu Hause, die ganze Zeit zuansen. Er ist in Wichtigen. Er ist in Wichtigen. Ich sage, die Menschen auf Jesus in den Vieissen! Er hat eine gathering zu stellen. Er hat eine Einführung. Ja, 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 ja. Vielen Dank für heute! Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt. 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 Das stimmt.